Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es... Ich bin Talysra von den Shaldorei, den Nachtgeborenen. Erste Arkanistin am Hof von Suramar. Mein Volk hat einen schrecklichen Pakt geschlossen. Einen, der diese Welt in die Verdammnis stürzen wird. Die Zeit ist knapp. Wenn ihr diese Nachricht gefunden habt, seid ihr auch in der Lage, mich zu finden. Eilt nach Suramar. Ihr könntet unsere letzte Hoffnung sein. Das Schicksal unserer Welt steht auf dem Spiel. Vertraut auf euch selbst, Champion. Habt acht, Champion. Das Land Suramar ist schon seit 10.000 Jahren verwildert. Das Land Suramar ist schon seit 19.000 Jahren verwirrt. Das Zeitalter der Schallerei ist gekommen! Eilt nach Suama. Ihr könntet unsere letzte Hoffnung sein, Igna la Kanesh. Ich hoffe, jemand da draußen hört zu. Ohne muss in Bewegung bleiben. Ich verlass! Rat! Verdorte! Ich muss nah dran sein. Die Schallerei wurden auserwählt. 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 Der Nachtrunden ruft mich. Rat Amuthanos! Wir müssen aufpassen. Die Verdorrten schleichen hier herum, hungrig auf Magie und frisches Fleisch. So ergeht es allen Nachtgeborenen ohne den Nachtbrunnen. Und auch mir, es sei denn. Gebt Acht! Erat Urnas! Der Barriere wird die Körpers entzogen. Erat sich! Sieg! Der Barriere ist vorbei! Ich werde schwächer. Wir müssen... Ich brauche einen Moment. Der Barriere wird die Kraft entzogen! Der Barriere wird die Kraft entzogen! Das war D.B. Warum folgen sie uns nicht? Ich muss mich ausruhen. Ein Tag nach dem anderen. Vertraut nicht jedem. Vor 10.000 Jahren war unsere Stadt das strahlende Juwel des Nachtelfenimperiums. Suramar. Jahrhundertelang erblühte unser Volk, bis die Legion kam. Hingerissen von ihren Versprechungen, betrug uns unsere Königin und stürzte die Welt ins Chaos. Die nahende Vernichtung trieb uns zu einer verzweifelten Entscheidung. Wir beschworen einen mächtigen Schild zum Schutz unserer geliebten Stadt. Mit Erfolg. Die Jahrhunderte verstrichen. Ohne Mond. Ohne Sonne. Um zu überleben, bedienten wir uns des Nachtbrunnens. Ein Quell der Macht im Herzen der Stadt. Mit der Zeit veränderte er uns. Und letztlich lockte er die Legion erneut an unsere Tore. Sie boten uns einen Handel. Den Nachtbrunnen für unser Leben. Die Ältesten planten, sich zu beugen. Doch einige von uns erhoben sich. Wir scheiterten. Jetzt herrschen diese Teufel über Suramar. Und der Fluch des Nachtbrunnens verdammt uns zu verdorren. Während meine Stadt brennt. Unsere Isolation ist vorbei. Aran Arcana Die Schilder von Frau Die Schilder von Frau Die Schilder von Frau Die Schilder von Frau Der Unterricht Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Ah! Oh! 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 Das ist weit genug. Nun, ihr seid nicht vom Palast. Und ihr seid kein Dämon. Wenigstens nicht durch und durch. Geht euch zu erkennen, bevor ich euch in die Tiefen des großen Meeres teleportiere. Ich hatte euch gewarnt. Televarsha! Tiefen des Gästchen. ... ... Amen. 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 Der Nachtbrunnen nähert uns. Amen. 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 Was ist das? Un-Unmöglich! Euer Schicksal ist besiegelt! Erschlinge! Their Spiral? Erschlinge! A chechave! Erschlinge! Erschlinge! Erschlenz! Erschlinge! Anaheim! Anaheim! Astorras de Nil 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 Astorras de Nil